Ah hast du hingeguckt? Ich wusste ganz genau, dass das was für dich ist, Ronix. Es tut mir leid, es war nicht unfallig. Ich wollte dich hingucken. Ja, genau. Schüsse vorne. Geh wieder hier ins Haus rein. Ich glaube der geht aufs Gäste, oder? Ja, kann sein. Hier rennt was. Hast du das? Ja. Ja, wo einer ist, ne? Junge, ich dachte... Hier rennt ein Scav rum, oder so. Level 4... Uh, ne AKM mit Trommelmagazin hat er dabei. Ich seh einen. Der ist gerade über die Straße gelaufen. Wohin? Äh, Richtung links. Okay. Das ist ja dieses, äh... ...diese kleiner Bunker da an der Straße. Ja, ja. Der links von dir. Sodass ich es so auch ein bisschen mit dem Blickfeld hab. Hm. Nicht, dass wir an ihm vorbeiziehen, weil er hier in die Hütten reingeht. Rechts von mir läuft auch wer. Da ist er. Ja. Er ist noch vor uns, oder was? Ja. Hab ihn. Auch am Hütten, oder was? Ja. Oh, das ist ein zweiter gewesen. Ich stacke kurz. So. So. Also. Das ist ein zweiter. Oh, das ist noch das. Ein zweiter. Oh, das ist noch das. Ja. Da habe ich auch noch. Ich stacke kurz. Und die Inheizung ist noch für ein zweiter. und raus zu einer hütte bd 40 groß irgendwer ich weiß es nicht genau hier drin müsste der sein ich gehe mal links rüber ich tauche jetzt vor dir auf gar nicht ich mache noch eine nade ready ich habe noch eine nade ist drin er ist nicht hier links rum ich komme ich komme er ist hinter mir ich weiß nicht wo er ist richtung straße mich hat er ist jetzt unten in der ditch ja ich bin auch hier er ist hier in diesem zwischending er ist in dem zwischending ok in dem anderen zwischending ich bin neben rechts davon nein nein Nice. So du liegst hier vor. Direkt hier ja. Ich lieg direkt in der zweiten Halle. Das Wichtigste wäre mir die Waffe. Och hier ist wer. Ja ja, genau. Oh. 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 Nice! Good fucking job. Oh! Der zweite Boy noch. Auch eine schöne Waffe. Jetzt musst du noch rauskommen. Jetzt musst du noch rauskommen. Ich bin der Meinung, ich höre hier was. Was soll ich denn? Er sieht mich doch eher. Sag doch nicht warum, warum, warum. Oh, fuck. Du hast keine Bandagen? Hast du keine gesehen? Nein, ich bin tot. Da hast du den zweiten auch gesehen, oder? Ja, war noch ein zweiter hinten. Ich habe auf den einen geschossen und dann kam der hintere auch noch gerannt und auch noch auf mich feuern. Und deswegen wollte ich da nicht einfach hocken bleiben, weiter schießen. Ich habe bloß die beiden U6. Ach, scheiße, Mann. Wollen wir mal wieder voll? Einfach mal rausgehen? Nee, wird einem wieder nie gegönnt, dieses Spiel.